Er trug ihnen dann ein Gleichnis vor, um sie darauf hinzuweisen, dass sie alle Zeit beten müssten und nicht müde darin werden dürften. In einer Stadt, so sagte er, lebte ein Richter, der sich vor Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. Nun befand sich in jener Stadt eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam mit dem Anliegen. Schaffe mir gegen meinen Widersacher recht. Lange Zeit wollte er nicht, schließlich aber dachte er bei sich, wenn ich mich auch vor Gott nicht fürchte und auf keinen Menschen Rücksicht nehme, so will ich dieser Witwe doch zu ihrem Recht verhelfen, weil sie mir lästig wird, sonst kommt sie am Ende noch und wird handgreiflich gegen mich. Dann fuhr der Herr fort. Hört, was hier der ungerechte Richter sagt. Sollte nun Gott nicht auch sein Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, wenn er auch mit seiner Hilfe bei ihnen auf sich warten lässt? Ich sage euch, er wird ihnen gar bald ihr Recht schaffen, doch wird wohl der Menschensohn bei seiner Wiederkunft den Glauben auf Erden vorfinden? Er trug dann auch einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und auf die anderen mit Geringschätzung herab sahen folgendes Gleichnis vor. Zwei Männer gingen in den Tempel hinauf, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand da und betete bei sich so. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Menschen, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie der Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand von Ferne und mochte nicht einmal die Augen zum Himmel erheben, sondern schlug an seine Brust und sagte, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, ganz anders, als es bei jenem der Fall war. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Die Leute brachten sogar ihre kleinen Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Als die Jünger das sahen, verwiesen sie es ihnen in barscher Weise. Jesus aber rief sie zu sich und sagte, Lass die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn für ihresgleichen ist das Reich Gottes bestimmt. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, der wird sicherlich nicht hineinkommen. Hierauf richtete ein Vorsteher die Frage an ihn. Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu ererben? Jesus antwortete ihm. Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen, nicht falsches Zeugnis ablegen. Ehre dein Vater und deine Mutter. Darauf erwiderte er. Das alles habe ich von Jugend auf gehalten. Als Jesus das hörte, sagte er zu ihm, Eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast, und verteile das Geld unter die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als jener das hörte, wurde er ganz betrübt, denn er war sehr reich. Als Jesus ihn so sah, sagte er, Wie schwer ist es doch für die Begüterten, in das Reich Gottes einzugehen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchgehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingehe. Da sagten die Zuhörer, Ja, wer kann dann gerettet werden? Jesus antwortete, Was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Petrus sagte dann, Siehe, wir haben alles unsere geverlassen und sind dir nachgefolgt. Da sagte Jesus zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, niemand hat Haus oder Weib, Geschwister, Eltern oder Kinder um des Reiches Gottes willen verlassen, der nicht vielmal Wertvolleres wiederempfängt, schon in dieser Zeitlichkeit. Und in der künftigen Weltzeit ewiges Leben. Er nahm dann die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, Wir ziehen jetzt nach Jerusalem hinauf und alles wird in Erfüllung gehen, was die Propheten von dem Menschensohn geschrieben haben. Denn er wird den Heiden überliefert und verspottet, misshandelt und angespien werden. Ja, man wird ihn geißeln und töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Doch sie verstanden nichts davon, sondern dieser Ausspruch war ihnen dunkel und sie begriffen nicht, was er mit diesen Worten sagen wollte. Als er dann in die Nähe von Jericho kam, saß da ein Blinder am Wege und bettelte. Als dieser die vielen Leute vorüberziehen hörte, erkundigte er sich, was das zu bedeuten habe. Man teilte ihm mit, dass Jesus von Nazareth vorüberziehe. Da rief er laut, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die vorn im Zuge gehenden bedrohten ihn, er solle still sein. Aber er rief nur noch lauter, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Da blieb Jesus stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er nun nahe bei ihm war, fragte er ihn, Was wünschest du von mir? Er antwortete, Herr, ich möchte sehen können. Jesus erwiderte ihm, Werde sehend, dein Glaube hat dir Heilung verschafft. Da konnte er augenblicklich sehen und schloss sich ihm an, indem er Gott pries. Und das ganze Volk, das zugesehen hatte, gab Gott die Ehre. Jesus kam dann nach Jericho hinein und zog durch den Ort. Dort wohnte ein Mann namens Sachois, der war ein Oberzöllner und ein reicher Mann. Er hätte Jesus gern von Person gesehen, konnte es aber wegen der Volksmenge nicht, weil er klein von Gestalt war. So lief er denn auf dem Wege voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum, um ihn zu sehen. Denn dort musste er vorbeikommen. Als nun Jesus an die Stelle kam, blickte er in die Höhe und rief ihm zu, Zachois, steig schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Da kletterte er schnell hinunter und nahm ihn mit Freuden auf. Und alle, die es sahen, murrten laut und sagten, Bei einem Sünder ist er eingekehrt, um bei ihm zu herbergen. Zachois aber trat zu dem Herrn und sagte, Siehe, Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Arm geben und wenn ich jemanden zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach ersetzen. Da sagte Jesus zu ihm, Heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil ja auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Für die Zuhörer fügte er dann noch ein Gleichnis hinzu, weil er in der Nähe von Jerusalem war und weil sie meinten, das Reich Gottes müsste jetzt augenblicklich erscheinen. Er sagte also, Ein Mann von vornehmer Abkunft reiste in ein fernes Land, um für sich dort eine Königskrone zu gewinnen und dann wieder heimzukehren. Er berief nun zehn seiner Knechte, gab ihnen zehn Minen und sagte zu ihnen, Macht Geschäfte damit, solange ich verreist bin. Seine Mitbürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her, durch die sie sagen ließen, Wir wollen diesen Mann nicht zum König über uns haben. Als er nun nach Empfang der Königswürde heimkehrte, ließ er jene Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen, um zu erfahren, was für Geschäfte sie damit gemacht hätten. Da erschien der Erste und sagte, Herr, dein Pfund hat zehn Pfund eingebracht. Der Herr antwortete ihm, Ei, du guter Knecht, weil du in so kleinen Treu gewesen bist, sollst du die Verwaltung von zehn Städten haben. Dann kam der Zweite und sagte, Herr, dein Pfund hat fünf Pfund gewonnen. Er sagte auch zu diesen, auch du sollst über fünf Städte gesetzt werden. Dann kam der Dritte und sagte, Herr, hier ist dein Pfund, das ich im Schweißtuch wohl verwahrt gehalten habe. Denn ich hatte Furcht vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du erhebst, was du nicht angelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Da antwortete er ihm, Nach deiner eigenen Aussage will ich dich richten, du schlechter Knecht. Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, weil ich erhebe, was ich nicht angelegt habe und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du da mein Geld nicht auf eine Bank gebracht? Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen abgehoben. Darauf befahl er den Umstehenden, Nehmt ihm das Pfund ab und gebt es dem, der die zehn Pfund hat. Sie erwiderten ihm, Herr, er hat ja schon zehn Pfund. Ich sage euch, jedem, der da hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch das genommen werden, was er hat. Doch jene meine Feinde, die mich nicht zum König über sich haben wollten, bringt hierher und haut sie vor meinen Augen nieder. Lasst uns weiterarbeiten und pflichtbewusst die Verantwortung wahrnehmen, die uns gegeben ist. Sucht ein Leben mit Sinn und erkennt eure Berufung. Bringt ein Leben mit Sinn die Fülle in mein Dasein? Wird mein Dasein bedeutsam, wenn ich meine Berufung erkenne? Bestelle das Fiebelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fiebelzeit.de